Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von Let's Play Microsoft Flight Simulator X. Heute werden wir seit langem mal wieder hier im Let's Play mit einer Dash 8 unterwegs sein. Es haben sich ja viele von euch in letzter Zeit gewünscht, dass wir doch mal wieder mit einer Bombardier Dash 8 Q400 fliegen sollen, weil wir ja wirklich jetzt schon lange nicht mehr damit geflogen sind und da habt ihr echt auf jeden Fall recht gehabt, wir sind ja schon ewig nicht mehr mit dem Flugzeug unterwegs gewesen und da wird es mal wieder Zeit, dass wir mal wieder mit dem schönen Flugzeug, mit der schönen Maschine hier unterwegs sind und deswegen werden wir heute mal wieder mit einer Bombardier Dash 8 Q400 fliegen und zwar ist die für den heutigen Flug von der Fluggesellschaft Air Baltic. Wie ihr seht, trägt diese Maschine auch die neue, aktuelle und recht wunderschöne Lackierung von Air Baltic, die, wie ich ja finde, deutlich moderner und deutlich besser aussieht als die alte Lackierung. Ich glaube, die haben jetzt irgendwann letztes Jahr, also vor ein paar Monaten, auf diese neue, schöne Lackierung umgestellt. Ich glaube, es war sogar irgendwie mit der Einflottung von der C-Series oder so, da ist dann diese, genau, neue Lackierung auf immer mehr Flugzeuge von Air Baltic gekommen und genau, die werden das wahrscheinlich immer weiter umlackieren, bis dann irgendwann alle Flugzeuge diese schicke Lackierung hier tragen. Sieht auf jeden Fall echt gut aus, wie ich finde, besonders hier mit dem schönen Neon-Gelb da hier bei den Triebwerken und hinten auf dem Seitenleitwerk auf jeden Fall echt eine schicke Lackierung. So, ja, die Catering-Fahrzeuge sind sogar schon fertig. Ich habe heute schon mal hier GSX angefordert, genau, vor Beginn der Aufnahme. Dann können wir sogar schon die Türen auf der rechten Seite hier zumachen. Und dann, genau, komme ich nochmal kurz zur Flugstrecke, die wir heute fliegen werden. Ihr seht es ja auch schon im Titel, aber trotzdem ist nochmal hier als Info. So, wir werden heute mit der Dash 8 vom, ja, vom großen Flughafen hier in Norddeutschland, vom Flughafen von Hamburg, dem Helmut-Schmidt-Airport, zur Hauptstadt von Lettland fliegen, zum Flughafen Riga, auch dem Heimatflughafen von Air Baltic. Da haben wir eine Flugzeit von etwa anderthalb Stunden vor uns und ich würde sagen, wir warten noch nicht mehr lange mit Vorbereitungen, sondern gehen direkt mal in die Maschine rein und machen die direkt mal startklar für den heutigen Flug. So, und da wären wir auch schon hier im Cockpit, schon echt lang nicht mehr hier gewesen. Also es ist echt krass, wie lange wir mit der Dash 8 nicht mehr geflogen sind. Und genau, das haben sich echt einige von euch wieder gewöhnt, dass wir damit mal wieder fliegen, habt ihr echt recht gehabt, also wird auf jeden Fall mal wieder Zeit, dass wir mit der schönen Maschine hier mal unterwegs sind wieder. So, ich hoffe mal, dass ich noch alles ganz gut hinbekomme, aber wir sind ja schon öfters damit unterwegs gewesen und ich denke mal, da sollten wir uns wieder ganz gut reinfinden. So, wir legen erstmal los mit dem Power-Up-Flow, das kommt mir alles nachher doch noch bekannt vor. Nach den Circuit-Breakers schaut man erstmal an Sicherungen, das passt ja alles hier. Der Gear-Lieferer, der ist down, das Radar ist off. Ich weiß gar nicht, ob ich das sonst immer gecheckt habe, weil das sind ja eigentlich Sachen, die eigentlich eh schon passend eingestellt sind. So, aber jetzt kommen wir direkt mal zur Stromversorgung an Bord und machen hier erstmal die Batterien an. Also Battery Master an, Main-Deck-Battery an, Auxiliary-Battery an und Stand-By-Battery an. So, der Bus-Tag geht auf Tye, die Position-Lights direkt mal an. So, die haben wir hier. Und die Flight-Deck-Displays, die habe ich glaube ich ausgemacht, die sollten genau schon angehen, machen gerade den Self-Test, wunderbar. So, Stand-By-Pete, U-Pumps und Check-Off. Parking-Break ist set. Und wir können die External-Power dann mal connecten. So, jetzt muss ich nochmal kurz überlegen, wie das bei dem hier war. Mit dem Anschalten. Genau, der hat hier glaube ich einen An-Ausschalter gehabt. Genau. Bei jedem Flugzeug hier immer wieder ein bisschen anders, wie man hier an die External-Power drankommt. Hier ist es auch wieder hier über den Board-Computer, aber den muss man hier extra auch noch anschalten, richtig. So, ob er so hochgefahren ist. Genau, der macht jetzt ja auch den ganzen Test und so weiter. Können wir mal kurz außen gucken. Boarding habe ich auch schon Requested, da sollte dann irgendwann der Bus kommen mit den Passagieren. Und dann auch halt das Gepäck eingeladen werden. Ich glaube es sind zwei Wagen an Gepäck, die eingeladen werden. Ist ja jetzt ja auch nicht so ein Riesenflugzeug. Also so viel passt hier ja auch nicht rein. Fuel haben wir noch, gerade noch 100% drin. Das werde ich gleich noch anpassen auf die Menge, die wir mitnehmen. Also wir können ruhig ein bisschen weniger mitnehmen. Wir haben ja etwas mehr als 5 Tonnen dabei, so viel brauchen wir nicht. Wir nehmen um die 2,7 mit, also etwas mehr als die Hälfte. So, Accept, Accept sollte auch der aktuelle R-Rack-Cycle sein. Und genau, dann gehen wir hier auf Menu war das. Oder Data Assess Services und GPU Requests. So, machen wir mal schnell, damit jetzt dann auch die gleich da ist, dass dann auch gleich, genau, die Batterien nicht mehr so beansprucht werden, sondern wir die External Power anmachen können. So, AC, DC, External Power sollten on sein. Genau, da haben wir es. Wunderbar. Da steht es. So, kurz noch als Information vielleicht. Ich verwende jetzt hier für den Flughafen Hamburg nicht mehr das Add-on von Aerosoft, sondern ein neueres, aktuelleres Add-on, und zwar von JustSim. Und das Add-on für den Flughafen Riga kommt ebenfalls von JustSim, und die haben ja auch beide Add-ons hier für diesen Flug, für das Let's Play hier zur Verfügung gestellt. Dafür auch ein vielen Dank nochmal an der Stelle an die Entwickler. So, nur damit ihr halt auch Bescheid wisst, dass ich die Add-ons hier so zur Verfügung gestellt bekommen habe. Sage ich ja immer, wenn das halt bei den Add-ons so der Fall ist, wenn ich sie mir halt nicht selber gekauft habe, sondern ich sie so bekommen habe. So, dann machen wir mal hier die Side-Rands auf Open, und DC Generators 1 und 2 gehen schon mal auf On. So, also Triebwerksgeneratoren bringen wir mit ja noch nichts, aber dann für später. So, Fasten Seed-Bell-Switches gehen auf On. Muss ich kurz mal gucken, wo die sind. Da, und auf Smoking auch auf On. So, Bleed-Flow-Control geht auf Minimum. Die Packs gehen auf Auto. So, Re-Circulation auf On. Dann haben wir hier. So, genau, ich habe ja hier mir alles in den Flows nur markiert, was wir nun machen müssen. Dass wir halt jetzt nicht ewig lang hier brauchen, sondern nur die wichtigsten Sachen machen. So, der Add-Hance-Ground-Proximity-Warning-Switch geht an. Na, guck mal, dafür, dass wir echt, ich weiß nicht, wie lange wir schon nicht mehr mit dem Flieger geflogen sind, das ist krass. Schon ewig, weil ich weiß gar nicht mehr, was der letzte Flug damit war. Kann sein, dass es ein Flug nach Innsbruck war oder so. Wie in Innsbruck, aber das ist auch schon ewig her. Genau. So, Control-Log engagen wir mal. Und, na, kommt erst die Eingabe vom Flug dann, okay. So, was wir noch eingeben können, sind die V-Speeds. Mal V-One. Das ist eigentlich immer dieselbe, dieselben Speeds. Ich habe mir einfach irgendwann mal hier einen Speed rausgeschrieben, die euch auch gut gepasst haben. Damals habe ich, glaube ich, bei der Maschine auch noch nie mit Gewichtanpassung gearbeitet. Wir sind immer hier früher mit der mit fast 100% Tankfüllung geflogen. Und eigentlich gibt es dann hier extra bei dem Add-On so Charts dabei, wo man so nachgucken kann, welche Speed wann passen. Egal, wir nehmen jetzt einfach mal die. Ich glaube, die habe ich damals aus dem Tutorial oder so. Aber das sind schon ganz angepasst, weil gut, so viel Variation ist ja wahrscheinlich eh nicht am Ende. So. Und genau, dann können wir eigentlich jetzt direkt zur Eingabe vom Flugplan kommen. Oder machen wir noch die Aircraft Power-Up Checklist. So, Circuit Breakers sind checked. Landing Gear ist down. Radar ist off. Battery Master. Oh, es ist nur Sterrain Radar, es hört gerade an, aber nicht das Radar, zumindest das Weiterradar ja gemeint. Battery Master, Main, Auxiliary, Standby Batteries sind on. Main Bus TIE ist off, TIE. Exterior Lights sind set. Die Position Lights sind on. Flight Deck Displays sind on. Standby PIDU-Pumps sind off. Parking Break ist set. External Power ist on. FMS ist initialized. Und wir geben jetzt mal den Flugplan ein. So, wir fliegen heute übrigens gegen Abend. Ich weiß gar nicht, wo haben wir denn die Uhr? Die müsste doch irgendwo hier sein. Da oben. Die ist so dunkel, ne? Ist das die aktuelle Zeit? Dann haben wir jetzt echt genau 18 UTC. Ich hätte nämlich irgendwann 17 Uhr irgendwas eingestellt. Dann ist jetzt genau 18 Uhr oder was? Die ist aber echt dunkel. Da kann ich fast gar nicht erkennen. Genau, auf jeden Fall fliegen wir heute abends. Also werden dann bei Dämmerung, bei Sonnenuntergang dann in Riga, wenn alles nach Plan läuft, ankommen. So. Dann gehen wir mal zum Flugplan. Das sollten wir aber auch noch hinkriegen. Also, es geht los in Echo Delta Delta Hotel in Hamburg. So. Und dann, glaube ich, erstmal direkt den Zielflughafen eingeben. Echo Victor Romeo Alpha Flughafen Riga. So. Da haben wir auch Accept. Das passt. So. Und jetzt müssten wir... Ach komm, wir wählen jetzt erstmal die Departure aus. So. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir es damals immer gemacht haben. Das ist halt echt zu lange her. Ich glaube, wir hatten da manchmal auch so eine... Ne, die Gap auf jeden Fall dahinter irgendwie eingefügt. Ich weiß nicht, ob wir dann erst die Route eingeben haben oder erst den Abflug. Aber wir können jetzt erstmal den Abflug eingeben, weil die Route werde ich gleich ohne Aufnahme eingeben, weil ich habe da jetzt keine Company Route und sowas. So. Nehmen wir mal Menuh war das, glaube ich, Depart. Wir fliegen ab Richtung Süden. Also, auf der One 5 geht es raus. Passt bei dem Wind ganz gut. Und die SID ist dann die Lübeck-Niner-Delta-Departure. Das heißt hier Nummer 6. So, und das kommt in den Flugplan rein. Oder wir geben das jetzt gemeinsam schnell ein. So. Kommen wir über Hamburg, Vioa nach Lübeck. So, und dann habe ich die Route hier. Das können wir schon jetzt selber zusammen machen. Der Flugzeug ist ja eh, dass wir es nicht eintippen müssen, sondern auswählen müssen. So, gehen wir auf Lübeck war das dann. List, Airway. Ne, das ist falsch. Da muss ich auch hier die Gap auswählen. List, Airway. Ach, guck mal, wir kriegen das alles noch wunderbar hin. Nice. So, Papa 605. Bis nach Maliff. Alter, gleich drei Pages hier. Heißt ja gar nicht, was ich besser finden soll. So wie es bei den meisten Flugzeugen ist. Dass man das so eingibt. Ah, fuck, ich habe aber die falsch ausgewählt. Die Upper 605 Nummer 3, deswegen finde ich es nicht. Was ich besser finden soll, das hier so. Wo ist er denn? Ach ne, jetzt habe ich das falsch gelesen. Jetzt geht erst die Uni von Papa 605 nach Mega. So. Jetzt würde ich vielleicht doch mal ein bisschen hier mehr drauf konzentrieren, da Nummer 6 ist es. So. Und jetzt geht es über die Papa 605. Ich bin schon eins zu weit gesprungen. Jetzt über die Papa 605. Mach Maliff. So, da ist es auch. So, von Maliff über die Mike 611. So. Nach Kolja. Nummer 10. Wenn der Wegpunkt noch drin ist, dann findet man noch schnell. Deswegen weiß ich gar nicht, was ich besser finden soll. Können wir mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser finden. So wie es bei den meisten Flugzeugen ist. Dass man das so alles eintippt. Also wie es bei dem Airbus Board Computer, Boeing Board Computer so ist. Oder ob ihr es besser jetzt findet, wie es hier bei der Dash ist. Dass ihr so eine Liste bekommt mit allen Punkten. Und ihr den richtigen auswählen müsst. Würde mich jetzt mal interessieren. Ich kann es selber eigentlich auch nicht wirklich entscheiden. Denn ich finde auf der einen Seite ist natürlich das Coole hier, man zieht einfach die Punkte, gibt einfach die Zahl ein und fertig. Beim anderen ist es halt so, du kannst halt einfach schnell den Punkt eingeben. Du weißt ja, wie er heißt. Dann gibst du ihn ein. Und so musst du halt erstmal aus einer Liste raussuchen. Bei den Luftstraßen ist es noch recht wenige. Da sieht man die ja schnell. Wenn es jetzt eine richtig lange Liste mit Punkten ist, kann es halt schon mal nervig werden und dauern. Aber ja. Ich glaube wir sind jetzt bei keinem aber wirklich viel schneller. Außer ich wähle halt irgendeine falsche Luftstraße aus. Das ist dann das Problem. Dann suche ich ewig den Wegpunkt. Das ist natürlich ein Problem. So Arrival können wir später auswählen. Werden auf der One-8 voraussichtlich dort landen aufgrund des Windes. Kommt nämlich aus Süden. So. Dann sind wir nämlich hier auch schon fertig. Wunderbar. So. Und können weitermachen mit den nächsten Sachen. Wir starten ja heute die Triebwerke ohne Pushback. Also einfach so. So. Gucken wir mal außen. Ich weiß gar nicht. Boarding hatte ich doch eigentlich requested. Ich sehe aber noch Catering Vehicles. Die sind doch schon längst weg. Ach komm. Machen wir Reset Position halt heute ohne GSX hier. Wenn es nicht ganz so klappt. Catering Vehicles waren doch schon da. Haben wir doch gesehen vorhin. Machen wir mal hier hinten alle Türen zu. So. Und genau. Dann machen wir mal ERCDU auf On. So. Mal das FMS. Dann das auf Wetterradar auf Test. Und die Radios sind set. Das geht auch noch auf FMS. So. Kommen wir zum Engine Start Flow. Dann machen wir auch schon mal die Türen zu. Genau, wir sind ja schon soweit. Battery Master Main Auxiliary Standby Batteries sind On. Beacon geht auf On. Das können wir jetzt mal ansagen genau. Hört ihr. So. Red Anti-Collision Light. Die APU Bleed Air. Genau, die müsste auf unsere APU Bleed Air. Achso, stimmt. Die ist ja hier dabei. Genau, APU. Die starten wir jetzt erst mal. Da sind wir jetzt dabei. Ja. Jetzt machen wir gleich den Before Start Checklist. So, wie war das denn hier? Power. Das war der Self-Test. Die APU habe ich auch nicht immer ganz hinbekommen. Mit der APU. Ich glaube erst mal Power. Genau. Dann war das eben der Self-Test. So wie es aussieht. Jetzt haben wir Start gedrückt. Aber es fehlt ja auch nichts. Vielleicht können wir noch mal. Ich weiß gar nicht, wo die Indicator für die APU sind. Das hier nur Electric Panel. Engine Systems. Achso, und die Fuel müssen wir noch anpassen. Bei der hier steht auch nichts. Aber wieder Electric System. Gucken wir mal, ob sich was getan hat. Also auf jeden Fall leuchtet hier was auf. Ach, und jetzt nochmal auf Power drücken. Das heißt, erst auf Start und dann auf... Ne. Hören wir mal außen, ob sich was tut. Ja, das fährt hoch. Wunderbar. So, ich gehe mal kurz hier ins FSX-Menü und ändere mal den Fuel. Treibstoff nutzlassen. Das seht ihr jetzt wahrscheinlich erst mal ein Standbild. Ich mache mal 50% in beide Tanks rein. Das sollte dann ungefähr passen. Gucken wir mal, wie viel wir dann haben. Jetzt haben wir genau 50%. Das sind zusammen ungefähr 2,7. Ja, das sollte ungefähr hinhauen. Ist dann knapp das, was wir brauchen. So. Hui, gewittert jetzt hier auf einmal her. Nee, oder was? Das war das gerade so. APU läuft. Wunderbar. Da hinten geht die Sonne schon so weit langsam runter. Jetzt kommt da jetzt auch gerade wieder diese... ...in diese Musik da. So, Generator. ...in Lead Air. Machen wir mal an. So, und... ...wann kommen wir eigentlich zum Engine Start? So, wir machen davor aber noch die Before Start Checklist. So. Ach, was mache ich denn? Ich bin doch blöd. Ich bin so gewöhnt, die APU hochzufahren, weil wir ja für Pushback Start die brauchen. Aber hier brauchen wir das ja nicht. Ach komm, jetzt haben wir es an. Jetzt machen wir die External Power halt schon mal weg. Wie unnötig. Brauchen wir doch gar nicht. Wir können ja über die External Power starten. Wobei wir dann aber eigentlich natürlich external... ...da müssen wir doch eigentlich auch... ...wenn ich da richtig... ...wenn ich es richtig weiß, bräuchte man ja dann... ...also wir haben es immer über die External Power gestartet. Das war hier kein Problem. Aber ich weiß nicht, bräuchte man... ...also schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr euch da auskennt. Aber bräuchte man denn echt nicht noch die External Air oder irgendwie sowas? Weil man ja erstmal Druckluft braucht für die Triebwerke starten. Oder ist das jetzt hier anders? Weiß ich gerade gar nicht. Ich dachte eigentlich schon. Na gut, so. Wir gehen also hier wieder auf... ...Data, Services... ...und die kann weg. So, und dann starten wir mal gleich. Also APU ist... ...on und die Voltage ist checkt. Da seht ihr jetzt der AP Generator load hier. So. Dann... ...Circuit Breaker sind checkt. Escape Hatch hier oben ist closed. No Steering. Kann ruhig anbleiben. Ich weiß gar nicht, wie ist es aktuell eingestellt. Das kann ruhig anbleiben. Wir haben ja kein Pushback-Fahrzeug. Flight Guidance Control Panel ist set. Fuel Quantity ist checkt. Wir haben... ...2600 Kilogramms on board. 2,6 Tonnen ungefähr. Hydraulic Tree Pressure ist checkt. Dann... ...Packen Break ist set. Emergency Lights... ...die sind schon armt. Genau. Phasen Ziel bei Switches und On Departure Briefing ist completed. Wir starten das erste Triebwerk. ... ... ... ...